so wir schauen uns jetzt das oh mein gott tippe geht jetzt um kamikaze ist jetzt ein neuer account bist du kamikaze bist du den ich den ich meine ich denke dass du das bist oder bist du ein anderer kamikaze ah dankeschön für deinen follow faktor bist du ein anderer glaube ich hast ein video schon drüber geredet kann sein ich habe sehr es gibt zwei kamikaze 23 also na gut ist auch deutsch na gut ich dachte du wärst das ups na gut sorry so das vdw kann ja dafür kann ich ja das letzte mal als ich jetzt einmal gespielt habe das schlimmste muss ich dann musste ich wirklich abbrechen weil das ging überhaupt nicht ich weiß mal weil ihr ok er kam auf dem stream keine antwort deswegen aber ja wir widmen uns jetzt das schlimmste im spiel nämlich in denen ich hasse ich hasse es jetzt schon alle überlegt zu schneiden aber das weiß ich halt naja wie ich zu faul fühle aber mir ist aufgefallen da sind irgendwie viele kamikaze ich weiß nicht ob die vermutung das wird jetzt keine gute vermutung haben ist aber eine vermutung der halbtraum boah das klingt voll toll wo es geht es geht ok hat zwar einen kleinen delay aber der ist idioten aber der ist der ist verkraftbar auch spannende So, stürme uns einfach da rein. Komm, gib den Pilzer, ich will den. Alter, du hast mir meinen Pilz gemacht. Geschnappt, du blöder Idiot. Ich hasse Online-Nervises. Ja. Glaub man gar nicht, ich hasse. Jetzt hat natürlich die Dotto-Deads das einen richtig guten Vorteil. Weil die hat als einziger als einziger überlegt. Hat die Dotto-Deads etwa aufgegeben, oder was ist denn, Louis? Ja, neu jetzt. Ja, Mario, brauchst du nicht versuchen. Ja, da warten wir halt mal. Mario, brauchst du es nicht weiter versuchen, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr mit dir. Das wird wohl nichts mehr. Das ist ja unfair, ich finde es unfair. Den, den, den Sieg von ihr kann ich aber auch nicht haben. Aber, habt ihr denn, habt ihr denn schon Online-Gespielt? Liebe Leute, liebe Leute im Chat. Habt ihr die... Ja gut, ich weiß natürlich gar nicht, ob das jetzt eine gute Frage ist, oder nicht. Habt ihr denn Online schon mal gespielt? Und, und wieso hasst ihr es? Das ist halt auch eine gute Frage. Ich hasse es, bisschen. Und das Schlimme ist, ich hab mich darauf am meisten gefreut. Am meisten hab ich mich darauf gefreut. Und, 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 was ist nun? Das ist nun die Scheiße. Die halt echt, 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 echt doof ist. Aber, was, 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 was will man machen? Das ist halt, äh, eigentlich, eigentlich, man hat's ja erwartet, eigentlich hätte man's erwarten müssen, weil, liebe Leute, das ist Nintendo, und man weiß ja, was, ähm, was, 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 Nintendo, ist, Leute, spielst du hier selber? Ja, ich spiel mich selber. Ähm, ich spiel mir das, das wird ja auch nicht nachgebessert, weil das ist ja Nintendo. Und, 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 wenn man weiß, Alter, für den, den Mist. Aber, Moment, ich muss mal kurz zusagen, das ist jetzt eigentlich relativ, alles okay gewesen. Bis jetzt. Aber ich hab schon, ich hab's halt auch um Steam gespielt. Die, 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 die Dinger, die halt echt nicht okay waren. Ähm, und, 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 und bezahlt dafür auch noch. Fuck, ich hab B gedrückt. Also, das war jetzt nicht der neue Mist. Ja, das ist schon mal bezahlt dafür. Leider müssen wir noch schön mehr weh tut. Wenn man nicht springen kann. Mein Gott. Das ist, das macht's. Fuck. Das macht's. Richtig toll, wisst ihr. Das war mega spaßig. Aber, ja. Na gut, es könnte sein, dass es sich vielleicht ein bisschen bessert, weil Splatoon, da habt ihr Splatoon mal zum Release gespielt. Das war unspielbar gewesen. Unspielbar. Ich hab's gebessert. Ähm. Es ist jetzt spielbar, also tatsächlich. Äh, habt ihr das, habt ihr das mal zu Release gespielt? Ich hab's zu Release gespielt. Alter. Das war okay, das Level. Das ist halt echt so. Aber man könnte achten, das lief am Anfang auch richtig beschissen. Hat sich nun auch gebessert. Hb hab ich aufgehört, das ist krank. So schlimm? Ich weiß nicht, ich bin halt scheiße im Video spielen, aber ich erreiche nix. Vor allem auch durch immer die, die schlechte Verbindung. Äh, ich glaub, wir spielen einmal nochmal gegeneinander, und da guck mal beim, beim Miteinander rein. Da würde ich wahrscheinlich niemanden finden, weil jetzt anscheinend niemanden spielt. Das ist halt so. Das ist doofe. Ach ja. Okay. Oh nein. Oh nein. Die müssen wir besiegen. Das heißt, ja, lol, wenn du dies verlierst, darfst du sterben und darfst du es normal machen, wahrscheinlich. Scheiße. Hat mein Pilz jetzt da weggeschnappt. Das ist Mistvieh. Scheiße, ich mach mal eine Stempfattacke. Oh, Jubi, du musst gar nicht, du darfst gar nicht, hä? Oh Gott, ich hab nicht hingesehen. Ja, dann würde ich halt auch aufhören. Ihr braucht gar nicht so rennen, denn du müsst, müsst ihr irgendwie ja auch so noch kriegen. Das, werden wir dir wahrscheinlich nicht schaffen. Würden vermogen. Aber ich schaff's auch nicht dahinten. Die Levelbau hat ja nicht, dass sie das können. Ja, ich schaff's auch nicht. den wir jetzt wegschnappen. Ey, du, bist du echt gescheuert? Oh, ich hab überlebt. Das, das, die, die Welt. Aber ich weiß nicht. Aber tatsächlich, muss ich sagen, er hat meinten, äh, nix erlebt, einfach nur rumträumen. Das ist das Gute, würde ich fast sagen. Dass ich das noch nicht gesehen habe. Die haben einfach die ganze Zeit nehmen und dann die Narbe zum Beispiel jetzt in die Narbe schmeißen. Wie soll der das vielleicht machen, wie ich wollte? Alter, der Levelbauer... Nein! Der Levelbauer ist ein bisschen sozial, der gibt immer mehr Feuerblumen, ist klar. Toad stirbt mal jetzt, weil ich auch... Wie man das macht. Sind die jetzt alle so weit vorne? Der Tor ist gestorben, mein Gott. Fuck, ich auch. Aber ich würde mal sagen, ich höre auch dann gleich auf. Späne in der Nacht. Jetzt gleich eine Uhr. Obwohl ich bin, tatsächlich gar nicht so müde. Also manchmal denke ich mir so, alter, ich sterbe fast. Also um die Zeit so. Ähm... Was geht tatsächlich jetzt? Alter, Toad, wenn du mich in die Lava jetzt schmeißt, dann schwöre ich dir aber... Dann geht's aber los. Oder dann ganz tot. Dann werde ich das Ding jetzt hier reißen. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Oh mein Gott. Das finde ich unfair. Das finde ich unfair. Ja, gar nicht nix. Ja. Merkst du nicht, dass ich da sterbe? Fuck. Ich muss mich nicht weiterschieben. Kommst nicht vorbei. Der, der, der wie Ovid, alter, was ist das für ein Arscher? Lass mich meinen Pilz einfach nicht nehmen. Leute, das Level ist doof. Das kann man nicht zu viel abschließen. Mit euch. Mit euch kann man nicht abschließen. Das heißt. Oh mein Gott. Das geht mit euch nicht. Mit dem die Lava geht's nicht. Also für mich die Lava ist das nicht. Die Lava finde ich halt richtig schlimm. Ich kann finden, dass es immer so Frame-Einbrüche gibt. Oh mein Gott. Toadette, verpiss dich doch mal bitte. Nein, der soll da weggehen. Der soll da weg. Da kann ich nix für. Oh Mann, wie du die Dürrung. Wir sind ja so schlecht. Wir sind ja genauso schlecht gegen. Ich kann mich jetzt nicht mal sehen. Ich habe keine Lust mehr. Ob das, ähm, das wird ja nicht mal gerettet. Scheiße. Oh mein Gott. Alter. Der du... Ah nee, Louie war das aber noch. Ja, du hast verdient gestorben. Du bist einfach mal verdient, dass du gestorben. Das Karma. Wenn mir den Pilz wegschnappt. So kann Toaddy das jetzt mal wieder reißen. Fuck. Das wäre halt ganz, ganz toll. Ach so, ich bin Mario. Ich bin ja. Toadette, Toadette. Mach ich mal. Na? Du spiel. Alter, du weeps. Sorry, mach auf. Ich will vielleicht sagen, wir geben es auf. Aber jetzt bringt er euch. Ich Idiot. Aber mir Idiot bringt es auch nix. Aber ja. Aber wie findet ihr denn, dass man in Pokémon Go jetzt Fotos machen kann? Nicht... Pokémons. Pokémon Snap in Pokémon Go. Mega. Einer, ich habe ja vorhin genug gefunden. Oh, Ilui, Alter. Der dreckt mich einfach weg. Schade, so etwas gewesen wäre ja in die Lava gefallen. Das war eine Rennungsruktion. Ich bin aber stolz auf dich. Geh doch einfach auf deine eigene Plattform, du Idiot. So. So, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich habe die doch auch erfüllt. Nein. Komm, jetzt. Geh in die Röhre, geh in die Röhre. Hilfe, oh Scheide, Toy. Die, äh, tot. Oh nein. Dem Delay. Fuck, das war zu... Nein, 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 nein. Oh Mann. Ich wäre halt so gut gewesen jetzt. Wer wäre jetzt Mario-Weltmeister? Wer hat die denn jetzt? Oh Mann. Wer hat die? Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Komm her. Komm bitte her. Nein. Ich hab's, ich hab's. Ich, nein. Oh mein Gott. Oh, der Arsch, der will mir den Schütz wegschnappen. Kann ich den wegschnappen? Ich habe ihn weggenommen. Der ärgert sich jetzt. Der hasst mich jetzt. Der hasst mich. Der hat so, Alter, verdient. Was hat er jetzt verdient? Ach ja, du. Du bist schon so, Alter. Oh mein Gott. Kann das jetzt mal bitte jetzt jemand hier beenden, das drauf spielt? Die Punkte sind mir doch so egal. Ich glaube, man hat gar nicht. Vielleicht darf ich ihn eigentlich haben. Aber die Viecher gehen auf die Nerven. So. Fliegt sie wieder rum. Alles toll. Er macht es doch. Mach. Sich verarschen. Man kann einfach rüberspringen. Und so. Ist das Luh? Der schlechteste Spieler hat das jetzt gewonnen. Ich dachte, das warst du. Nein. Naja. Ich fand, Louis war der schlechteste. Oh, liebe Freunde. Es war doch jetzt spät. Spät. Man muss auch Schluss sein. Osterben. Ähm. 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 Wir sagen. Wiedersehen YouTube. Leute. Bis irgendwann mal wieder. Bye. Bis zum nächsten Mal.